Hey, willkommen zu einem neuen Video. Da das vorherige Video über riesige Kreaturen viel angesehen wurde, haben wir beschlossen, ein weiteres zu machen. Wie ihr sicherlich wisst, haben wir noch viele Orte auf der Erde zu erforschen. Und wer weiß, vielleicht gibt es Kreaturen, die wir noch nicht gesehen haben und die trotzdem umherstreifen. Heute werden wir euch 10 riesige Kreaturen zeigen, die mit der Kamera eingefangen wurden. Ich überlasse es euch, ob ihr glaubt, dass diese Kreaturen existieren oder nicht. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10 Der Lagerfjordwurm ist eine mythische Kreatur mit Schlangenähnlichem Aussehen, von der mehrere Leute sagen, dass sie im isländischen See Lagerfjord lebt. Der Legende nach wurde diese Kreatur erstmals im Jahr 1345 gesehen. Die Einheimischen nannten die Kreatur das isländische Monster von Loch Nest. Und obwohl einige glaubten, dass es existierte, dachten andere, dass es nur ein Mythos war. Das heißt, bis es einem Mann im Jahr 2012 gelang, etwas mit der Kamera einzufangen, das viele Ähnlichkeiten mit dem Lagerfjordwurm hatte. Einige Leute waren wirklich skeptisch gegenüber dem Videomaterial, aber sie konnten sich nicht erklären, was es sonst gewesen war. Laut Experten, die das Videomaterial studiert haben, wäre das schlangenartige Monster etwa 12 Meter lang. Aber es gibt Behauptungen, die besagen, dass der Lagerfjord bis zu etwa 60 Meter lang werden kann. Äptiker halten es also für ein Fischernetz, aber die Art und Weise, wie sich die Kreatur bewegte, sieht meiner Meinung nach ziemlich echt und auch realistisch aus. Nummer 9 Das folgende Video einer riesigen Kreatur, die unter einem Wasserfall spazieren geht, soll irgendwo in einer Bergregion in Indonesien gedreht worden sein. Mehrere Artikel sagen, dies sei eine mögliche Bigfoot-Sichtung. Bigfoot, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist ein riesiger Affe, der aufrecht gehen konnte und die amerikanischen und kanadischen Wälder bewohnte. Einige Forscher glauben, dass er schon lange ausgestorben ist, während es andere gibt, die glauben, dass Bigfoot noch am Leben ist. Leider ist das Videomaterial unklar, aber nach Meinung einiger Experten wäre das Videomaterial nicht manipuliert worden. Es wird angenommen, dass die Kreatur eine Länge von über 2,50 Metern hat und dass sie dort in den dichten Wäldern leben könnte. Aber es wurde bis heute nie wieder beobachtet. Also was denkt ihr, was wir hier vor der Kamera gesehen haben? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 8 Ein Bewohner der Stadt Santa Fe in Argentinien stieß im Jahr 2018 auf eine gigantische Kreatur, die als Halbmensch, Halbhund beschrieben wurde. Laut der Geschichte soll die Kreatur durch die Straßen gestreift sein, als sie auf zwei andere Hunde traf. Allerdings soll die Kreatur zu stark gewesen sein und die zwei Hunde verloren die Konfrontation. Der Mann war noch in der Lage, schnell ein Foto von der Kreatur zu machen, bevor sie schließlich verschwand und nie wieder gesehen wurde. Laut Experten, die das Foto studierten, wäre die riesige Kreatur über 2,1 Meter lang. Andere meinten, es könnte vielleicht ein Kamel sein. Es gab auch diejenigen, die sagten, dass es sich möglicherweise um die mythische Kreatur, den Chupacabra, gehandelt haben könnte. Was würdet ihr tun, wenn ihr einer solchen Kreatur begegnen würdet? Ich denke, ich würde so schnell wie möglich wegrennen. Das folgende Video, auf der sich gestoßen bin, zeigt eine seltsame fliegende Kreatur, die in Shanghai, der größten Stadt Chinas, aufgenommen worden sein soll. An einer Stelle fliegt eine Kreatur im Hintergrund vorbei und als der Interviewer sie sieht, schreit er, Was ist das? Die beiden Leute drehen sich um, aber zu spät, denn die Kreatur ist schon weg. Einige Leute in den Kommentaren vergleichen die Kreatur mit einem Serg, einer fiktiven Figur aus dem Computerspiel StarCraft. Dieser Serg wurde berichten zufolge auch von einer Dashcam eines Autos bei Nacht in einem Wald gefilmt. Es könnte sein, dass es sich um eine digitale Animation handelt, die vom Computer erstellt wurde. Aber was wäre, wenn diese Leute tatsächlich eine seltsam aussehende Kreatur am Himmel eingefangen haben? Das wäre meiner Meinung nach ziemlich erschreckend. Nummer 6 Als ich nach riesigen Kreaturen suchte, die mit der Kamera eingefangen wurden, stieß ich auf dieses Bild einer Kreatur, die wie Godzilla aussieht. Godzilla ist ein dinosaurierähnliches Monster, das in vielen Filmen und Fernsehserien auftaucht. Könnte diese Kreatur also auch im echten Leben existieren? Laut dem folgenden Video hat ein Mann angeblich einen Godzilla in einer unbekannten Stadt in Spanien mit der Kamera eingefangen. Der Mann entspannte sich in seinem Ferienhaus, als er eine gigantische Kreatur in Richtung Meer laufen sah. Jetzt kann ich euch schon denken sehen. Das ist ein Fake, oder? Wahrscheinlich ja. Doch in der japanischen Folklore wird dieses Monster Gojira genannt, das dafür bekannt ist, Städte wie Tokio und Osaka dem Erdboden gleich zu machen. Hätte dieser Mann Godzilla im echten Leben mit der Kamera eingefangen? Ich überlasse es euch, ob ihr das glaubt oder eben nicht. Nummer 5 Slenderman ist eine Figur, die 2009 in einem Internetforum als Gruselpasta entstanden ist. Er ist dafür bekannt, dass er lange Arme und Beine hat und gerne Menschen, insbesondere Kinder, beobachtet. Seitdem gab es mehrere Sichtungen vom Slenderman, was dazu führte, dass die Leute daran zweifelten, ob er überhaupt im echten Leben existiert. Im folgenden Video erzählt ein britischer YouTuber, dass er ein neues Fahrrad gekauft hat und es ausprobieren wollte. Nach einer Weile sehen wir im Hintergrund eine große Gestalt durch das Feld laufen, die dem Slenderman sehr ähnlich sieht. Ein vorbeifahrendes Auto hat die lange Gestalt ebenfalls gesehen und den Jungen gewarnt, dass ihn etwas oder jemand beobachten würde. Zu diesem Zeitpunkt war die Figur bereits verschwunden, aber als der Junge später das Videomaterial erneut ansah, war er schockiert. Könnte dies ein Beweis dafür sein, dass der Slenderman tatsächlich im echten Leben existiert? Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 4 Der Ningen soll eine Unterwasserkreatur sein, die eine Länge von 20 bis 30 Metern erreichen kann und im antarktischen Ozean lebt. Alten Erzählungen zufolge soll diese Kreatur schon mehrmals von Besatzungsmitgliedern von Forschungsschiffen beobachtet worden sein. Obwohl es keine triftigen Beweise dafür gibt, dass es wirklich existiert, könnte es immer noch möglich sein. Schließlich ist der gesamte Kontinent der Antarktis noch nicht vollständig erforscht. Also wer weiß. Der Ningen ist das japanische Wort für Mensch und stammt aus der modernen japanischen Folklore. Im Internet kursieren mehrere Fotos der Kreatur, darunter eines von Google Maps, das annimmt, dass es sich um den Ningen handelt. Es kursiert aber auch ein Video aus dem Jahr 2006, das die Leute glauben lässt, die Kreatur existiere wirklich. Skeptiker sagen, dass dieses Video gefälscht ist oder dass der Ningen eher ein weißer Wal oder ein anderes unbekanntes Meeresmonster ist. Leider bleibt es bis heute ein Rätsel, ob der Ningen tatsächlich existiert oder nicht. Nummer 3 Das folgende Video soll aus dem Jahr 2013 stammen und wurde irgendwo in Russland gedreht. Leider gibt es nur wenige Informationen über dieses Ereignis, aber wie ihr sehen könnt, fährt ein Auto durch die Stadt, bis aus dem Nichts die Straße vor ihm aufbricht. Und was dann passiert, ist ziemlich gruselig. Plötzlich taucht eine unbekannte Kreatur mit riesigen Flügeln aus dem Boden auf. Einigen Leuten zufolge sieht diese Kreatur aus wie Muto, ein riesiges Mönster, das erstmals in einem Godzilla-Film von 2014 zu sehen war. Andere Leute denken, dass das Video real ist, aber dass die Kreatur vom Computer animiert wurde. Was mir aufgefallen ist, ist, dass zwei Menschen auf der linken Seite der Straße erschrocken aussehen. Und das macht das Video ziemlich glaubwürdig. Natürlich könnte es auch sein, dass dieser Clip aus einem Film stammt. Aber darüber konnte ich leider nichts herausfinden und dies ist leider die einzige Information, die ich euch geben kann. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr dieses Video für echt haltet oder nicht. Nummer 2 Im Jahr 2019 bemerkte ein Mann namens Tim Wenzel während eines Sturms in South Haven, einem Ort im West-Bundesstaat Michigan, eine große mysteriöse Kreatur, die gegen die Seite des Peers zu schwimmen schien. Leider ist das Videomaterial nicht allzu klar, aber laut mehreren Personen könnte es sich um Bessie handeln. Bessie ist ein etwa 12 Meter langes, schlangenartiges Seeungeheuer, das erstmals im Jahr 1739 in Michigan gesichtet wurde. Seitdem gab es mehrere Sichtungen in der Gegend, bei denen Menschen behaupten, ein riesiges Seeungeheuer gesehen zu haben. So denken sie, diese mysteriöse Kreatur in dem Video sei ein Verwandter von Bessie. Andere Leute sagen, es sei eher ein Störfisch. Wie auch immer, die können nicht so groß werden. Es bleibt also ein Rätsel, was genau diese Kreatur war. Aber ich denke, es wird klar, dass immer noch große Seeungeheuer in unseren Gewässern lauern. Nummer 1 Das folgende Video einer riesigen Spinnenkreatur wurde berichten zufolge im Jahr 2010 in Rogoznica, einer Gemeinde in Kroatien, mit der Kamera aufgenommen. In dem Video wird erzählt, dass es sich möglicherweise um ein Spinnenexperiment gehandelt hat oder dass die Strahlung im Wasser die Spinne so groß werden ließ. Als die Riesenspinne hinter dem Hügel hervorkam, rannten viele Menschen in Angst davon. Auch alle Tiere in der Umgebung begannen zu fliehen. Die Regierung gab eine Notfallmeldung heraus und sagte, dass die Menschen ihre Häuser so schnell wie möglich verlassen sollten. Einige Fischer waren jedoch wütend geworden, weil sie fischten und die Spinne die Fische zum Wegschwimmen brachte. Sogar die Armee kam, konnte aber nichts tun, weil die Spinne zu groß war. Obwohl einige Leute in den Kommentaren sagen, dass die Spinne echt sein könnte, denken wiederum andere, dass die Spinne mit einem Computer animiert wurde. Glaubt ihr, dass diese Kreaturen existieren? Und seid ihr selbst schon einmal einer seltsamen Kreatur begegnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr meinen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!